so hallo freunde es ist schön dunkel und jetzt haben wir noch mal die gelegenheit diese große lens light ko im dunkeln anzuschauen viel modi zum ausprobieren gibt es nicht denn ich glaube hier draußen bringt uns nur hier der 440 lumen starke power modus was darum schalten wir die einfach mal an so und dann sehen wir hier eine wunderschöne gigantisch große komplett ausleuchtung das gebäude vor uns unten ist natürlich ein bisschen heller weil ja jeder lichtkegel näher auf dem haus auftrifft bevor es auf dem hinteren auftrifft verliert natürlich ein bisschen licht aber man sieht 400 lumen wirklich ausreichend und mit so einem linsensystem eine wirklich großflächige ausleuchtung wir gehen mal auf diesen weitwinkligen diesen weitreichenden spot ok konzentrieren das ganze licht auf dieses kleine quadrat schauen wir ob wir damit bis zum waldrand kommen das ist dann so die zehnfache entfernung wie wir sehen sogar also ich sehe auf jeden fall mit bloßem auge die vorderen reihe der bäume kann man die baumstämme erkennen also die reichweite ist dann nicht schlecht zu 400 lumen ich kann die bäume erkennen ihr seht leider nicht mehr ja schöne ausleuchtung